Bhagavad Gita, Vers 4.23 Die Arbeit eines Menschen, der von den Erscheinungsweisen der materiellen Natur nicht beeinflusst wird und völlig im transzentralen Wissen verankert ist, geht vollständig in die Transzendenz ein. Erklärung Wenn man völlig Krishna bewusst wird, ist man von allen Dualitäten befreit und daher frei von den Verunreinigungen der materiellen Erscheinungsweisen. Man kann befreit werden, weil man seine wesenseigene Position in Beziehung zu Krishna kennt. Daraufhin kann der Geist nicht mehr vom Krishna-Bewusstsein abgelenkt werden. Alle Handlungen haben daher das Ziel, Shri Krishna, den ursprünglichen Vishnu, zufriedenzustellen. Dann sind alle Handlungen Opfer, denn Opfer bedeutet, die höchste Person Krishna zufriedenzustellen. Die Reaktionen auf solche Handlungen gehen mit Sicherheit in der Transzendenz auf und daher erleidet man keine materiellen Auswirkungen.